Wird der Typ da nicht so gemacht? Ja, wir wären so weggelegen. Ich wäre mit 250 im Wald gefahren. Junge, meinst du hast geschwitzt eigentlich? Ein bisschen, ne? Oh, Alter, Kühlmittel. Oh, Kühlmittel, das habe ich ja noch nie erlebt. Servus Freunde, wir melden uns zurück von der Nürburgring-Nordschleife, da ist der Janni. Wir haben gerade sein Auto aus Tobis Garage geholt, ich bin ja mit meinem wieder hierher gefahren. Ich habe einen neuen Daily, also was weiß ich, das ist jetzt alles wir, verheiratet, das ist jetzt alles wir. Und Andrea hat der Cabrio abgegeben und dafür haben wir jetzt einen 530 DG81, äh G81 wahrscheinlich, G31. Zeige ich euch später genau. Jetzt lade ich erstmal hier die Burg ab, damit ich heute mal schön fahren kann, weil wir haben absolut traumhaftes Wetter, wir haben perfektes Wetter, ich glaube, dieses Jahr noch nie so perfektes Wetter gehabt, einfach 20 Grad, kein Wind, Sonne ist mega. Deswegen schön heute Morgen Spaß haben, heute Abend schön was essen gehen. Ich bin eigentlich mit dem Jan alleine hier, tatsächlich, Möller ist auch da, der ist aber nicht mit uns gefahren, der ist schon hier. Dann werden wir heute mal schön ein paar Runden drehen, also ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall mal 15 Runden heute zu drehen, damit ich mal wieder ein bisschen reinkomme. Schaut schon geil aus, oder? Guck mal, was sagt ihr? Schmeckt. Aufgeladen ist er. Jetzt mal gucken, ob die Tanke geht, was denkt ihr? Ich bin gespannt, ob ich denn nochmal den Tankdeckel... Rechts, ne? Einmal umdrehen und dann gucken wir mal, ob das geht. Also, Tankchip vorhalten. Bitte, 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 bitte. Fahrzeugnummer, das ist schon mal gut. Säule auswählen. Was ist das denn hier? Säule 1. Enter. Alter. Bitte, tanken Säule 1. Alter, ich werde verrückt. Steht hier irgendwo einen Preis? Nö, ne? Ist ja auch geil. 1,59. Oh, das geht ja. Tanke läuft! Es ist natürlich geil. Junge, läuft, Alter. Was denn? Läuft da wieder? Läuft wieder alles. Batterie ist so schwach. Krass, Leute. Hier geht einfach immer alle Fehler an, wenn Batterie schwach war. Also Motorkontrollleuchte, alles an. DSC, alles ausgefallen, ja. Und dann braucht der echt erst ein bisschen. Boah, Tank ist doch nicht voll. Hast du die vollgetankt? Nee, hatte ich nicht vollgetankt. Geil, Alter. 60 Euro. War Monatsende, ne? Monatsende, ja. Ja, Leute. Da soll es gerade losgehen. Strecke gesperrt. Vollgetankt haben wir ihn. Luftdruck habe ich auch angepasst. Der war nämlich ein bisschen viel und ein bisschen wenig. 2,7 und 1 Bar. Also vorne 2,7, hinten hinten 1 Bar. Keine Ahnung wieso. Nichtsdestotrotz passt mir eigentlich ganz gut. Weil ich jetzt sowieso noch nicht ganz fertig war, aber die anderen wollten los. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Scheiß zu Ende, weil ich wollte gerade die Helmkamera richtig anbauen, weil ich da so ein bisschen was vergessen habe. Und da muss ich ein bisschen improvisieren, aber irgendwie kriegen wir das hin. Ich würde sagen, bevor es jetzt losgeht mit Helmkamera anbasteln, mache ich erstmal den Motor nochmal aus, weil das wird bestimmt noch kurz dauern, denke ich mal. Und dann kann ich euch was Neues zeigen. Denn heute 5 war neu, aber es gibt noch was Neues. Und zwar gibt es ein paar neue vegane Sorten von White Food. Jan hat ja gerade schon einen getrunken. Hier ihr seht, einer ist schon weg. Ich werde jetzt mir mal den anderen geben. Hier vegan Berry. Nährwerte sind gleich wie die anderen. Knapp 30 Gramm Protein. Ist aber kein Proteinshake. Ist eine Mahlzeit. Ich gönne mir das jetzt mal rein. Ich teste jetzt mal Berry. Geht auf jeden Fall geil. Schmeckt echt gut. Wodach schmeckt das? Wodach schmeckt das? Also es ist auf jeden Fall Berry, klar. Aber es erinnert mich krass an was, was ich sehr gerne esse. Taugt mir. Also wenn ihr sagt, ihr müsst mal die neuen Sorten checken. Wie gesagt, vegan Berry schmeckt auf jeden Fall. Also mir und ich bin da sehr penibel, was Geschmäcke angeht. Mir schmeckt eigentlich nix. Außer wie gesagt, Schoko-Vegan. Checkt das ab. Link ist in der Videobeschreibung. Rabattcode ist in der Videobeschreibung. Und mal gucken, was es noch so für vegane Sorten gibt. Die zeige ich euch die nächsten Male. Also Prost. Strecke offen, Track open. Jetzt geht's los. Endlich. Ich packe jetzt mal meine Hero 9 an den Kopf. Und dann könnte ich mal gucken. Oder dann können wir mal gucken, wie ihr das dann so seht mit Stabilisierung und so. Ich bin gespannt. Natürlich Schlange des Todes. Ich bin mal gleich auf die Tonqualität gespannt von der GoPro. Weil ich habe ja dieses Media-Mod-Ding da dran. Das ist so ein externes Mikrofon. Ich denke mal, das müsste eigentlich ganz okay sein. Aber mal sehen, ne? So, dann wollen wir uns mal anschauen, was der Janni von hinten abliefert hat. Die ganze Kanne wackelt. Und die Data-Recording. Das Ding spinnt schon wieder. Ich könnte kotzen damit, ne? Leute, das tut so weh, echt. Das ist echt. Naja. Wie es wie es ist. Ich brauche die Kamera auf mich. Deswegen muss ich den Kumpel nehmen. Probieren wir es nochmal. Jan war jetzt ernst wahrscheinlich. Jetzt wieder direkt aus der Schacke. Und Jan hat halt auch hier. Wusste ich nämlich. Wusste ich. So schnell merkt man es dann das Gewicht von ihm. Hier geil schön auf dem Ratterstein, weil dann habt ihr komponenten Grip. Ja, saugeil. Boah, mega. Mega, mega, mega. Mega, mega. Mega, mega, mega. Ja. Oh, das war schnell Jan. Hier schön innen halten. Wieder über den Körb. Ein. Dann springt das Auto nicht so an. Ja. So. Immer noch gelb. Abflug. Was? Hier ist doch Rauch in der Luft, oder? Oh, Alter. Kühlmittel. Oh, Kühlmittel. Das habe ich ja noch nie erlebt. Boah, Junge, ey. Gucken wir erst mal auf hier noch was ist, aber ne, guck mal da rein. Junge, 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 Junge. Also, da macht man nix, Sarajon. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass hier noch Prümer die Eingröße erlangen hat. Aber wenn der es verloren hat, ist es auch nicht abgeflogen. Hier schön von außen rein, nicht auf den Körnfahrt. Ablämst alles gut. Also, da sind wir die Eingröße, nicht auf den Körnfahrt. Ich weiß nicht, was Jan gerade gefressen hat, aber ich fahre gerade auch schnell. Richtig geil Mann, fahr mal weiter, das ist so geil, das macht so Spaß. Jetzt kriegt der Janni auch noch ein bisschen Schaperitt hier, auch Tom sahen Nacken, der hört sich so geil an mit dem Mod, ich weiß nicht, was der für ein Mod hat, ey Jan, was hast du für ein Auspuff Mod? Echte Sache an? Nein, medium, soft plus, hört sich so geil an, also so richtig dezent geil, nicht dieses übertriebene. Mach eine Scheibe sauber? Bitte Scheibe. Und jetzt noch vor das Auto ein bisschen jonglieren. Mach. Junge, wie geil haben wir die Scheiß wieder rausgefahren. Alles raus aus dem Schwein hier, ey. Richtig geil, aber hier seht ihr noch komplett. Full. Also es ist, es wiegt glaube ich echt so viel wie original, weil hinten die Rücksitzbank ist raus, aber der Käfig ist da, ne? Ja, 30 Kilo weniger wegen dem Sitzen, ne? Den Vordersitzen. Ja, stimmt, Vordersitz hast recht. Aber geil. Ey, Kühlwasser, ich hab's schon gesagt, das ist das, krass, ne? Wenn wir da drauf fangen, wir wären so weggewegen. Ey, wer hätte der Typ da nicht so gemacht? Ja, wir wären so weggewegen. Wir wären mit 250 im Wald gefangen. Ja, geflogen. Ich muss ja mal dokumentieren, wie geil die aussehen zusammen, ja. Boah, jetzt stell vor, Flaps noch vorne, hinten Theke drauf. Ja, Mann. Ich kann den auch nicht verkaufen, weil das macht viel zu viel Spaß. Nein. Ist wirklich so. Was soll so viel Spaß machen? Nein, kann nicht. Ich hab eben gedacht, Handschuhe, Alter, Junge. Einfach eins plus, Mann. Echt so? Zwei Whitefoot? Wer vorbei ist da? Nicht Schnitte. Naja, deswegen auch keine Fragen. Auf jeden Fall geil gefahren, so ultra Bock gemacht. Jetzt chillen wir aber mal kurz. Vielleicht noch eine Feierabend-Lab, aber vielleicht war es das auch gewesen. Fahren wir morgen noch, ich meine, morgen ist auch noch ein Kraft. Auto läuft so geil, echt so gut. Nachgang geben nach zwei Runden auf, nach anderthalb. Wenn man sich darauf einstellt, kann man aber noch fahren, muss man sagen. Also die haben halt dann ihr, die schmieren so ein bisschen, aber man kommt klar, wenn man sich darauf einstellt. Ist ein Weltenunterschied zu Gereza. Wenn man jetzt aber erstmal nur AR1 fährt, dann ist es nicht mehr so ein riesiger Pain für einen selber, weil man sich irgendwie dran gewöhnt hat. Die Brille übrigens, Leute. Es war so oft Kommentare, woher ist die Brille? Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die ist vom Daniel. Also Daniel GT3 ist Daniel. Der hat die rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die noch verfügbar ist oder nicht. Wenn die verfügbar ist, dann ist unten ein Link drinnen von der Brille. Wenn die nicht verfügbar ist, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt hier keine Werbung oder so, dann ist sie nicht drinnen. Jetzt hör mal. Junge. Das ging. Klingt wie wenn ich morgens aus dem Bett steige. Gicht. Gicht. Was ist mit Luft? Gibt es keine Luft hier drin? Doch, ein bisschen. Warte. Aber das kriege ich hier nur ich ab, also egal. Das ist doch echt geil. Ja, Boss. Ich brauche hier auch nur das Schale, ne? Ja, echt. das kann ich mir so glättlich Was ist hier? Was ist hier? Das war's. Sollte Geil, dass ich jetzt zeigen kann. Geil, dass ich jetzt hier bin. Ja, das war's, das war's. Und jetzt Sprung und Und jetzt Sprung und WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aber ich habe vergessen, das Video gestern zu beenden. Ich habe eben mal so ein bisschen geguckt. Die neuen Aufnahmen mit der neuen GoPro sind, glaube ich, echt geil geworden aus dem Auto. Ist so ein bisschen wie ein Videospiel. Gestern der Tag war hammergeil, muss ich sagen. Also wirklich war schon einer mit der besten Tage im Jahr. Wetterperfekt, fahren richtig geil. Strecke zwar sauvoll, aber hat die Bock gemacht mit Jan. Neues Auto, sage ich im nächsten Video was zu, glaube ich. Oder sage ich etwas zu? Ne, sage ich noch nicht zu. Sage ich im nächsten Video was zu. Für uns geht es heute wieder auf die Strecke. Das heißt, im nächsten Video nehme ich euch wieder mit. Hängen mir eigentlich die Haare rüber raus? Ich weiß es auch nicht. Ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein schönes Abo dalasst, einen Kommentar dalasst. Mit dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir wieder hier im Ring sind. Oder quasi für mich heute, für euch nächstes Mal. Macht's gut. -